Ab dem 1. Dezember 2013 ist diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Schwerin-Altstadt. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 133 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.298 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Und dann, dass die Gästetze keine Angst miteinander verfolgen Finally es geht Vielen Dank.